Yo, was geht ab Leute? Mischa hier und willkommen zu einem weiteren Video der 30 Day Hustle Challenge. Bevor es aber losgeht mit dem Video, möchte ich noch kurz ein kleines Announcement machen. Und zwar komme ich ja im Dezember endlich mal wieder zurück in die Schweiz. Und wir haben am 29. Dezember, also kurz vor Neujahr, ein recht großes Event in Zürich im Hallenstadium. Und zwar findet dort zum ersten Mal in der Schweiz die TubeCon statt. Die TubeCon könnt ihr euch jetzt so vorstellen, wie ein großes Social Media Influencer Treffen. Das heißt, die größten Influencer der Schweiz werden dort versammelt sein, inklusive Patrick und mir. Und ProBro darf mit Stolz verkünden, offizieller Kleidungspartner der TubeCon zu sein. Das heißt, das Event findet wie gesagt am 29. Dezember statt. Die Tickets zum Event könnt ihr unten erwerben. Und was ihr dort von mir erwarten könnt, nebst natürlich Bildern und Gesprächen, sind ein paar gute Vorträge, Keynotes und auch ein paar Panels. Das heißt, ich werde dort unter anderem zu Gast bei einem Panel sein, wo es um das Thema Unternehmertum mit Social Media geht. Auch für die Eltern ist gesorgt. Das heißt, nehmt auf jeden Fall eure Eltern mit, falls die interessiert sind, mal ein bisschen mehr über das ganze Social Media Game zu erfahren. Es gibt dort einen kompletten Bereich nur für Eltern. Das heißt, Eltern können sozusagen ein bisschen aufgeklärt werden, wie man eventuell mit Social Media eben auch erfolgreich werden kann. Das heißt, es ist auch für junge Leute, die eventuell auch den Wunsch haben, mal mit Social Media zu starten, sicher eine gute Sache, wenn sie dort mit den Eltern vonbeikommen und die auch mal so ein bisschen Aufklärung bekommen. Das heißt, auch dort werde ich eine kleine Keynote halten mit einer kleinen Story von mir, um den Eltern mal so ein bisschen zu erklären, wie das Ganze aussehen könnte. Zusätzlich sind natürlich noch ganz viele andere Influencer da, also wenn ihr Bock habt, kommt vorbei für ein Foto, für ein Gespräch oder wie gesagt für eine der Vorträge. Weitere Infos folgen auf TubeCon, auf der Webseite, auf Instagram. Einfach abchecken und jetzt geht's los mit dem Video. So und heute wieder mit einem Video zur 30 Day Hustle Challenge. Es ist bereits die dritte Woche angebrochen, Leute. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Ihr zieht es weiterhin durch. Ich war heute Morgen mal nicht unter der Dusche, sondern direkt im Meer. Hab es mir richtig gut gegönnt. Das ist natürlich auch eine Alternative für die Leute, die können. Und heute das Thema Sechster Sinn. The Sixth Sense. Jetzt werden sich vielleicht einige wieder fragen, was heißt denn der Sechste Sinn? Gewisse Leute sagen, das ist das Bauchgefühl. Andere nennen es Intuition. Ich persönlich sehe es mehr als die Quelle unseres schöpferischen Geistes. Das heißt, die Sachen, die eher unterbewusst passieren, die wir manchmal gar nicht erklären können, wieso sie passieren, wieso wir uns manchmal hingezogen fühlen zu Personen oder zu Sachen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, egal wie wir es jetzt nennen, ob jetzt Intuition oder Bauchgefühl, dann werden wir merken, dass das nicht was ist, das man einfach mal so erklären kann. Das ist was sehr Abstraktes. Viele Leute tun sich schwer überhaupt mit diesem Bauchgefühl zu arbeiten. Man verlernt es mittlerweile fast. Ich habe so das Gefühl, dass die heutige Jugend oder auch die heutige Welt immer mehr in den rationalen Teil der Wahrnehmung gerät. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil auch ich selbst immer wieder gemerkt habe, wenn ich davon betroffen war, dass ich aus rationalen Gründen zum Teil eine Entscheidung gemacht habe. Das heißt, ich habe eigentlich nicht wirklich ein gutes Gefühl gehabt, aber rein auf dieser logischen Ebene hat es Sinn gemacht. Jetzt zum Beispiel vielleicht diese Kooperation zu machen oder vielleicht mit der Freundin nicht Schluss zu machen. Aber aus irgendwelchen Gründen, die man sich so erklärt, das kann, in jeder Lebenslage kann das passieren. Das muss jetzt nicht zwingend nur auf Business ausgerichtet sein, sondern das kann eben auch in einer Beziehung eine Rolle spielen oder in einer Freundschaft, wenn man zum Beispiel eben was machen will und jeder dich so ein bisschen davon abhält, weil es keinen Sinn macht. Und das Dumme ist, wenn wir versuchen, diese Intuition, dieses Bauchgefühl jemand anderem zu erklären, dann werden wir immer sehr schnell mal merken, dass es eigentlich immer scheitert. Das ist sehr schwer, einer anderen Person das wirklich auch so zu erklären, dass sie es versteht. Außer sie war schon mal in einer gleichen oder ähnlichen Situation. Deshalb finde ich es zum Beispiel auch immer sehr wichtig, dass wenn man seine Ziele mit Personen bespricht, dass man immer Personen nimmt, die diesen Weg schon gegangen sind, die vielleicht auch Mentor sind oder Business Angel, die wirklich dann auch dieses Gefühl reproduzieren können. Weil wenn man eben mit den Eltern spricht oder mit einem Kollegen, der vielleicht das gar noch nicht so erlebt hat, dann kann der rein rational eben leider gesehen gar nicht mit euch connecten. Und das ist halt einfach eine Tatsache. Das dürfte dieser Person dann auch nicht übel nehmen. Das heißt, meistens ist die Mutter oder der Vater dann eher besorgt, weil er eben sieht, oh, mein Sohn will was machen, das ich eigentlich nicht cool finde, weil ich selbst davon vielleicht Schiss habe. Das ist schon mal der erste Punkt, wieso dieses Gefühl bei vielen Leuten vielleicht so ein bisschen zweiterangig geworden ist und sie es sogar eher verstecken, was in meinen Augen eben sehr fatal sein kann. Weil, und jetzt kommt der zweite Punkt, wenn man dieses Gefühl immer wieder ignoriert, das heißt über Jahre hinweg, immer wieder zurücksteckt, immer wieder schluckt, dass man eigentlich sowas hat, an das man liebt, dann wird man irgendwann immer unglücklicher und unglücklicher. Das heißt, die Integrität, die man hat, die schwindet, weil man eigentlich selbst im Bauchgefühl, was man eben nicht wirklich erklären kann, weiß, dass es das Falsche ist. Das kann dann auch eben so wie in einer Beziehung enden, wo man eigentlich weiß, dass man nicht zusammengehört, aber die eine Person hat da irgendwie einfach Mühe oder vielleicht sogar beide, das irgendwie auszusprechen, weil man aus logischen Gründen zusammen sein will. Weil, ja, die Eltern kennen sich und man hat vielleicht das Haus zusammen oder man hat vielleicht sogar schon Kinder zusammen, aber unterbewusst weiß man eigentlich, hey, das ist nicht das Richtige. Und das kann so weit gehen, dass man dann eben wirklich auch depressiv wird und im höheren Alter dann auch wirklich anfängt, Sachen zu bereuen. Und das habe ich auch im letzten Video schon gesagt, Leute, Sachen bereuen, das ist was, ich möchte das nicht. Ich möchte das persönlich nicht haben und ich möchte auch nicht, dass ihr irgendwann Sachen bereut. Und deswegen ermutige ich euch, mehr auf dieses Bauchgefühl einzugehen und auch wirklich nicht sich davor zu verstecken, auch nicht wirklich diese Sachen runterzuschlucken, auch wenn es Leute im Umfeld gibt, die dann vielleicht sagen, hey, überlegt ihr das gut oder das ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, das macht noch nicht wirklich Sinn. Es gibt so ein Sprichwort, das habe ich erst gerade letztens wieder gehört, so Losers are the people who are afraid of losing. Also auf gut Deutsch, das sind Leute, also Verlierer sind Leute, die Angst haben vor dem Verlieren, so kann man das eigentlich ausdrücken. Und wenn man sich das mal so überlegt, dann macht das schon Sinn. Das sind Leute, die meistens nie Risiken nehmen und weil man diese Risiken nie nimmt, macht man dann vielleicht auch weniger Fehler oder gar keine Fehler. Aber jetzt kommt der dritte Punkt, diese Fehler sind ja verdammt nochmal essentiell, um überhaupt zu wachsen, um überhaupt weiterzukommen. Es gibt keine erfolgreiche Persönlichkeit auf diesem Planeten, die keine Fehler gemacht hat. Das gibt es per se nicht. Das sieht vielleicht von außen für euch, wie gesagt, auch immer wieder so aus, dass ihr nur diesen perfekten Weg seht, aber jeder Mentor, jeder High Achiever, der hat Fehler gemacht. Wenn ihr euch mal so ein paar Podcasts von Tim Ferriss reinzieht, die Leute dort, die interviewt werden, die haben alle ihre Setbacks gehabt. Oder sie sind auf jeden Fall in einer richtig beschissenen Situation gestartet. Was ich auch immer wieder höre, ist, dass man zum Beispiel sagt, dass Leute, die schon sehr, sehr, sehr weit unten waren, also die schon sehr abgefuckt waren und eine sehr schlechte Kindheit haben, dass die dann auch wirklich sehr hoch kommen. Also umso tiefer man mal gesunken ist, umso höher kann man dann auch wieder thriven. Das ist immer so ein Balance-Spiel, oder? Und jemand, der dann immer so im Durchschnitt rumgechillt ist, der nie wirklich krass was verloren hat, der wird dann halt einfach auch viel weniger gewinnen. Das ist halt einfach so ein Gesetz, welches man, wenn man jetzt mal eben einfach die praktische Ebene anschaut, was schon so passiert ist, sehr, sehr, sehr geltend ist. Das ist ein Gesetz, das ich immer wieder sehe, Leute, die wirklich viel erreicht haben, die haben auch schon mal viel verloren oder wirklich sehr, sehr weit unten angefangen. Also die Story von Tony Robbins ist sehr repräsentativ. Da überlasse ich es auch euch, eure Inspiration zu suchen, mal eine Autobiografie von jemandem zu lesen und sich dessen mal bewusst werden. Weil das macht auch Mut, dass jeder mal unten angefangen hat oder dass jeder einfach auch mal diese Tiefpunkte hatte. Weil wenn man sich dem erstmal bewusst wird, dann macht einem das auch wieder Mut, selbst diesen Schritt zu machen, ins kalte Wasser zu springen. Und zum Schluss will ich auch noch erwähnt haben, dass es auch immer wieder Leute gibt, die ihre Probleme oder ihre Sachen, die sie nicht erreichen können, immer auf andere Leute schieben oder auf eine Gegebenheit. Das heißt eben zum Beispiel, was ich immer wieder lese und da meinen wir, das ist ja, mich ja nicht, jeder hat es so einfach. Oder nicht, ja ich bin nicht in der Situation, wo ich das machen kann, ich habe kein Geld oder ich habe eine scheiß Familie, ich habe eine scheiß Schule, der Lehrer ist scheiße, der Arbeitgeber ist scheiße. Das Dumme ist nur, in dem Moment, wo ihr immer jemand anderen sucht, immer jemand anderen sucht, der verantwortlich für euer Unglück ist, werdet ihr automatisch nie dazulernen, weil ihr in diesem Moment den Lernprozess abbrecht. Wenn ihr die Schuld jemand anderen gibt, dann schiebt ihr die Verantwortung weg. Und in diesem Moment, wenn ihr euch auch mal ganz genau überlegt, was ihr dann für eine Situation habt, dann seid ihr auch in der richtig beschissenen Situation überhaupt. Fehler oder Verantwortung abzugeben, das ist grundsätzlich ein, ja ich sage es mal so ein Loser Habit, weil ihr dann ja sowieso nichts mehr machen könnt. In dem Moment, wo ihr den Fehler nicht bei euch sucht und nicht euch versucht zu verbessern, da sagt ihr ja eigentlich, dass alles so okay ist, wie es ist und trotzdem seid ihr aber in einer beschissenen Situation. Das heißt, ihr habt eigentlich gar keine Lösung nach vorne mehr. Und wenn ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lässt, dann macht es eigentlich Sinn, immer sehr proaktiv an seinen eigenen, ja an seinen eigenen kleinen Makel zu arbeiten oder vor der eigenen Haustüre zu wischen, wie meine Mutter immer so schön gesagt hat. Das heißt, das ist noch so ein wichtiger Punkt, den ich noch zum dritten Punkt hinzufügen will. Das heißt, nicht nur Fehler machen bewusst, sondern auch die Fehler wirklich bei sich suchen und nicht bei anderen, weil schlussendlich habt ihr euch ja immer in diese Situation gebracht. Wenn ihr einen scheiß Arbeitgeber habt, dann habt ihr ja die Arbeit bei diesem Arbeitgeber angenommen und es zugelassen. Das heißt, das ist der Punkt, wo ihr auch ganz klar anfangen müsst. Wenn ihr in einer scheiß Beziehung seid, wenn ihr geschlagen werdet von eurem Freund, dann habt ihr das zugelassen. Wenn ihr abgezockt werdet von eurem Geschäftspartner, dann habt ihr das zugelassen. Dann wart ihr nicht vorsichtig genug. Das heißt, ihr könnt in Zukunft nur davon lernen, dass euch das nicht mehr passiert. That's it. Das heißt, der Grund, wieso ich dieses Video mache, ist wirklich, um euch diesen Kick zu geben, euch auch mal zu trauen. Im letzten Video haben wir es behandelt, so was ist denn wirklich meine Bestimmung? Was will ich denn wirklich? Wenn ihr da schon nur so diese eine Ahnung habt, dann nehmt diese Ahnung wahr. Weil wenn sie immer wieder kommt, dann hat das schon einen Grund. Es gibt schon einen Grund, wieso ihr ein Bauchgefühl habt, diese Intuition. Und wieso es eben diesen sechsten Sinn doch gibt, in meinen Augen. Weil wenn es diesen sechsten Sinn nicht geben würde, dann hätten alle diese bekannten Leute, die immer davon reden, ja einfach nur so geträumt davon. Das wäre eigentlich möglich. Und auch bei mir persönlich. Ich lebe mittlerweile sehr, sehr, sehr bewusst nach Intuition. Ich lasse mich nicht mehr von Fakten blenden, oder? Ich lasse mich nicht mehr von Angeboten blenden, ohne auch wirklich das Gefühl hinterfragt zu haben, was ich denn dabei habe. Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann frage ich mich immer, habe ich jetzt Spaß bei der Zusammenarbeit mit dieser Person? Wenn ich diesen Spaß verliere, dann ist es auch für mich ein Grund, die Zusammenarbeit abzubrechen. Auch wenn ich dabei vielleicht ein paar tausend Euro weniger im Monat verdiene. Das hat es auch schon gegeben. Also ich habe auch schon ganz bewusst Deals sausen lassen, Deals nicht unterzeichnet oder sogar wirklich Deals auch abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich nicht Spaß an der Sache habe, weil ich die Leute vielleicht nicht unterstützen will, die Sache an sich. Und im Nachhinein bin ich immer froh darum gewesen. Es hat mich nie wirklich, ja, aufgeregt. Und man kann natürlich jetzt sagen, dass das eben wieder von mir, von meiner Perspektive sehr einfach zu erzählen ist. Aber auch ich, ich habe die Story schon mal erzählt, habe damals, 2013 war es, einen großen Schritt gemacht. Ich habe im Callcenter gearbeitet, ich wurde gerade befördert, habe wirklich auch guten Lohn dort bekommen für damalige Verhältnisse und habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss unbezahlten Urlaub nehmen in ein paar Wochen und nochmal nach Amerika, weil ich letztes Jahr dort so viele Eindrücke hatte und ich einfach nochmal unbedingt fünf Wochen dorthin wollte. Und das habe ich gemacht. Ich habe unbezahlten Urlaub genommen, habe meine Spartes mitgenommen, dort auch wirklich viel Geld wieder ausgegeben für gute Orte, gutes Essen und habe dann auch eben wieder Leute kennengelernt. Und was dann passiert ist, während ich diesen unbezahlten Urlaub gemacht habe, ist, dass die Stelle, also diese Stelle, die ich bekommen habe, zu der ich befördert wurde, dass diese ganze Abteilung geschlossen wurde. Das heißt, ein Arbeitskollege von mir hat mich angerufen, als ich gerade in Venice am Morgen aufgewacht bin und mir gesagt, hey Misha Mann, die haben die ganze Abteilung geschlossen und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir haben jetzt die erste Möglichkeit, weiter dort zu arbeiten, aber in der alten Abteilung, also dort, wo ich vorher gearbeitet habe, für weniger Lohn und noch härter, noch krasser. Auch das habe ich gemacht, weil ich wirklich Geld verdienen wollte. Und ich war ja da schon in dieser Phase, wo ich nicht so richtig gewusst habe, was ich eigentlich will, weil ich ja schon eben die Arbeit reduziert habe auf 60 Prozent und dann eben auch gewährleist habe, soll ich dann vielleicht irgendwie per nächstes Jahr mal komplett aussteigen. Das war gerade die erste FIBO gewesen und ich hatte zum ersten Mal Leute, die mit mir ein Foto machen wollten. Aber ich war mir nicht so sicher. Meine Mutter hat mir angeraten, gesagt, Misha, ich würde noch abwarten, weil so viel verdienst du ja jetzt noch nicht und die Arbeit, die du hast, ist ja jetzt gut. Und als er mir dann angerufen hat und mir gesagt hat, dass ich jetzt wieder dort an die alte Stelle könnte oder ein Leaving Package nehmen, das ist so ein Package, das ist einfach so ein Angebot, weil man ja selbst nicht aus Eigenverschulden gehen muss, sondern einfach aufgrund des Arbeitgebers, weil der diese Abteilung zugemacht hat. Das war auch ein guter Arbeitsgeber. Die haben dir dann so ein Leaving Package von drei Monaten überlassen. Das heißt, für drei Monate wurde der Lohn noch ausbezahlt und ich musste nicht mehr arbeiten. Das war für mich so Bauchgefühl, Intuition, wie man es nennen will. Das war so, ja, also wenn ich das jetzt nicht mache, dann verpasse ich mein Leben, man. Das ist jetzt der ultimative Kick. Das war so das Leben des Schicksals, mir gesagt hat, Misha, wenn du es jetzt nicht machst, man, dann bist du ein richtiger Idiot. Und ich habe ihm gesagt, Alter, wenn ich zurückkomme, werde ich das Leaving Package nehmen. Und das habe ich gemacht. Ich bin in die Firma, habe allen bei gesagt und einer hat mich gefragt, ja, was machst du denn jetzt? Ich so, ja, YouTube. Und das war 2013. Und er so, was, YouTube? Wirklich? Und ein halbes Jahr später habe ich tatsächlich drei bis vier Mal mehr verdient, als noch bei diesem alten Arbeitgeber. Also ein halbes Jahr später. Durchgehustelt, durchgezogen und seither auch wirklich nie mehr zurückgeblickt. Und the rest is history. Also ihr seht, auch bei mir gab es diese Momente von Unsicherheit, von, ja, finanziellem Druck. Leuten, die nicht wirklich verstanden haben, was du willst. Aber ich habe gewusst, YouTube, es ist die Zukunft für mich. Ich will das. Es macht mir Spaß, vor der Kamera zu sein. Und 2017, ich bin immer noch hier, Australien, vorhin gerade im Meer gewesen, gechillt. Und jetzt vermitte ich euch hier diesen Content mit der Hoffnung, dass es auch bei euch so diesen Step gibt. Und vergesst nicht, es muss nicht YouTube sein. Es muss nicht Entrepreneurship sein. Es kann alles mögliche sein, solange es euch Spaß macht. Es gibt Leute, die reisen, ohne Unternehmer zu sein. Und trotzdem haben sie ultra viel Spaß in ultra viel Sachen, weil sie zum Beispiel für Netflix Untertitel schreiben oder so Digital Nomades. Ihr könnt auch ein Assistent von einem Influencer sein und mit der Kohle reisen. Ihr könnt online mittlerweile so viele Jobs annehmen. Fiverr, da gibt es so viele verschiedene Portale. Da kann ich auch mal ein separates Video für euch machen, wenn euch das interessiert. Einfach einen Daumen nach oben geben. Bei 1000 Daumen nach oben würde ich mal ein Video machen mit so ein paar, ja so ein paar Arbeitspositionen, die man theoretisch auf der ganzen Welt ausführen kann, wenn man jetzt das Ziel hat zu reisen. Und wenn man das Ziel hat, nicht zu reisen, um vielleicht ein Haus zu bauen mit der Familie oder Kinder zu haben, dann ist das ja auch gut. Aber dann folgt diesem Weg. Dann wartet nicht zehn Jahre, bis ihr heiratet, weil euch irgendjemand sagt, hey, ihr solltet nicht vor 30 heiraten. Wenn ihr mit 22 das Gefühl habt, hey, das ist die Frau meines Lebens, ich will sie heiraten, dann macht es verdammt. Wartet keinen Tag länger. Und sonst, wie gesagt, geht mit dem Flow. Hört auf euer Bauchgefühl oder eure Intuition, was auch immer, wie ihr es nennen wollt. Und yes, that's it, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 30 Day Hustle Challenge, die letzte Woche ist angebrochen. Und ich hoffe, ihr zieht weiterhin durch. Und zum Ende gibt es dann nochmal ein paar richtig gute Inputs von mir. Wenn ihr noch nicht dabei seid, einfach unten anmelden, die PDF runterladen. Ihr könnt jederzeit anfangen. Das Ganze ist zeitlich ja wirklich nicht begrenzt. Das heißt, wenn ihr heute mit der 30 Day Hustle Challenge beginnt, beginnt ihr heute und bekommt dann die erste Mail, die zweite Mail, die dritte Mail, etc. etc. Yes. Besten Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace out.